Hallo liebe Schlagzeuggemeinde, mein Name ist André Hilgast und willkommen bei TideDrams in Paderborn. Heute möchte ich euch nochmal in diesen harten Zeiten von Corona darauf hinweisen, dass mein Betrieb ganz normal weiterläuft. Natürlich mit allen Einhaltungen, die gerade so uns vorgegeben werden, auf Abstand und mit Maske und so weiter und so fort. Des Weiteren könnt ihr in meinem Shop www.andrehilgast.com unter Tutorials noch meine Lernvideos kaufen, die ich zum Glück schon weit, weit vor Corona-Zeiten für euch produziert habe. Falls ihr nicht aus dem Haus kommt, könnt ihr euch mit diesen Tutorials von Anfänger bis zu Double-Base-Attacken unterschiedliche Videos aussuchen und diese natürlich erwerben. Alle zum Download mit richtig geilen, von mir selber erstellten PDFs, sprich in meiner jungfräulichen Art, ziemlich guter Qualität, hoffe ich doch. Tja, was will ich noch sagen? Kommt einfach auf meine Seite www.andrehilgast.com. Direkt auf der Startseite werdet ihr auch auf meinen Schlagzeugunterricht nochmal hingewiesen und könnt sogar dort auch euer Paket kaufen. Entweder ihr macht monatlichen Urlaub, ihr kauft euch eine Fünferkarte, vielleicht auch einen Workshop über zweieinhalb Stunden, vielleicht möchtet ihr aber auch Zehneinheiten kaufen. Schaut einfach mal vorbei, würde mich freuen, wenn ihr mich unterstützt und falls ihr jetzt im Moment noch keine Zeit habt, aber euer Konto ist voll, tja, dann könnt ihr eure Zehnerkarte ja jetzt schon kaufen und dann machen wir den Unterricht halt erst in zwei Monaten. Kein Problem, aber mein Kühlschrank würde dadurch ein bisschen mehr gerettet, dadurch, dass unser Live-Geschäft, wie bei allen anderen Bands auch, leider brach liegt. Ich würde mich freuen über eure Unterstützung und euch dann in meinem Unterricht zu ärgern. Euer André.